Musik 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 Wieso? Das zeigt, Nazarewitsch ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Hörern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer kießen. Wie nett! Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Tempel zu finden. Musik Nate? Hallo? Ja, ich bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wäre ich? Niemals. Niemals. Wenn ich mir das diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Äh, ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist uns etwas ruhiger. Okay, alles klar. Oh nein. Kannst du die aufnehmen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Ging schon besser. Mist. Oh je. Häuser-Kampf. Oh nein. Oh nein. Oh je. Ich würde mal sagen, da hat er mich... Ich habe keine Munition. Warum? Haben mich die Trümmer erwischt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Der alte Markt. Der muss da sein. Ich such den. Mist. So. Dann bin ich wieder ein bisschen besser zu sehen. Los, los, los! Oh, er ist hier irgendwo. Natürlich. Haltet die Augen auf. Ja! Schießt auf die Leiter! Vor die Leiter! Achtung! Hä? Oh. Bringt sie raus! Zack! Okay. Jetzt muss ich nur noch Chloe finden. Na, ich nehme lieber die Defender. Finde ich besser. Okay. Ähm. Der Bus ist hier durch. Warte mal. Sieht doch aus wie... Ah. Pass mal auf. Dann wollen wir da mal hochklettern, hä? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Ach so. Und an die Regenrinne. Sehr gut. So. Festen Boden unter den Füßen. Naja. Fest. Oh je. Toll eingeparkt. Ja. Hahaha. Ich mag die Sprüche. Das sieht ja jetzt alles hier so ein bisschen unordentlich aus. Hätten sie mal aufräumen können vorher, oder? Frechheit. Hm, 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 hm. Ähm. Wo geht's hier weiter? Ah, da. Oh nein. Gut, dass ich nicht auf der Straße bin, ha? Ach komm, ich probier die Waffe mal aus. Ist ja egal. So, die ersten beiden habe ich erstmal weggemäht. Die beiden kann ich doch bestimmt mit einer Granate beglücken, oder? Oh, das gibt eine Schlagzeile. Mist. Shit. So. Ah, so schlecht ist die Waffe nicht, aber man muss genau zielen. Scheiße. 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 Ciao. Tschau. Ein bisschen mehr Munition, ne? Da war da auch noch so ein Gewehr, ne? Ja. Ja, wo bleibste? Gut. Ach, nehmen wir wieder die AK. Da liegen doch noch so viele AKs rum. Nehmen wir die doch alle mit. Müssen wir mal gucken, wo haben wir am meisten Munition. Alter! What? Wer? Achso. Okay. Naja, weil er es einfach wert ist. Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Boah. Ja, hallo. Und das ist also der Schlüssel? Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Schambala. Marco! Was machen wir da? Polo. Ich habe keinen blassen Schimmer, leider. Aber ohne das Ding kommt Lazariewicz nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja, gut. Ja, okay. Ist, ähm, eine gute Idee. Na dann komm. Er hat an was anderes gedacht. Oh, das sieht nach Granaten aus. Sehr schön. Granaten kann ich gut gebrauchen. Das bringt nichts. Sie ist verschlossen. Ja. Warte hier. Ich suche einen anderen Weg. Lass Daddy mal machen. So. Mal kurz einen Überblick verschaffen. Wohin muss ich? Mal eben noch mal schauen. Okay. So, ich sag's doch. Kurz einen Überblick verschaffen und dann geht das schon los. Hopp. Und nochmal. So, mein Gott, haben die die Stadt derangiert. Vorwärts. Die sind hier, irgendwo. Mach schon bitte mal die Tür auf. Lass mich in Ruhe und meckern mich hier nicht an. Ach, Mist. Mann, halt doch mal still. Dass die sich immer bewegen müssen. Was? Er ist mal ins Bein geschossen. Ah, wieder schön Munition. Ja, oder sind wieder die? Oh, da hab ich noch. Was? Von wo? Von da oben. Waaah! Hallo? Mein Gott, die hetzen mich hier. Das war hier, ne? Nee, mach die Tür auf. Ja, ja. Zurück! Voll! Und alles ganz ohne meine Hilfe. Okay. Hey, hilf mir mal. Ich glaub, ich komm an die Leiter. Ich helf dir. Oh Mann, viel zu schön, um sich draufzusetzen. Na bitte. Ey, solche Sprüche, ne? Viel zu schön, um sich draufzusetzen. Na ja. Wenn er's sagt. Na denn man to? Hm. Meinst du, ich kann die... Meinst du, das geht? Na klar. Komm, hier lang. Los. Okay. Augenblick. Held mir nur kein Schmerz ein. Held mir nur... Gute Manieren, was? Lachen, die kommen nie aus der Mode. Er will mir nur kein Splitter einfangen. Sehr schön. Hier ist ein kleines Gewächshaus für einen Eigenbedarf. Sechs. Wunschkonzert. Ah. 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 Das gefällt mir gar nicht. Ach nein? Ah. Ah. Nein, wir sollten uns vielleicht einen anderen Weg zum Hotel suchen. Und um diese Typen einen Bogen machen. Hey. Weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch. Ich schleich mich um sie herum und spreng ihre Party. Hahaha. Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel. Um den musst du dich kümmern. Aber mach es leise. Ach so, leise. Hm. Und du bist sicher, dass klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Was heißt denn das schon wieder? Ah. So, wie komme ich denn jetzt ideal da ran? Dreh dich weg. Habe ich ihn. Habe ich ihn. Wo sind meine AKs hin? Ich bleibe! So, und du auch. Ah, Mist. Wo schießt denn er noch? Ah, das ist Chloe. Zack. Komm, du auch noch. Wie viele sind denn da noch? Sorry. Komm raus mit deinem Kopf. Fuck. Alles einsammeln. Wir haben denen erstmal ein paar auf die Mütze gegeben. Jo. Was tun? Ach, Mist. Zurück. Dann versuche ich ihn mal zu umgehen würde ich sagen. Okay. Okay. Oh, Mann. Ja, ich glaube das war der letzte. Ich glaube auch. Das ist das Hotel. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Wo geht sie denn jetzt lang? Was? Wo ist sie? Ach da. Ja. Ja, lass mich erstmal nochmal ein bisschen hier einsammeln. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Es kann nie genug Munition sein. Und bei Fast Food gilt, es kann niemals genug Bacon sein. Okay. Okay. Ah, da ist noch ne, da ist noch ne AK. Ja, Chloe. Ja, natürlich. Warum hilfst du nicht mir mal hoch? Ich tu mein Bestes. Okay. Sieht gut aus. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus. Hm. Ja, hast du was anderes erwartet? Ich glaube nicht. Okay, bin drin. Alter. Oh Mist. Oh Mist. Hier lang. Ich dachte doch, Granaten sind gar nicht mal so schlecht, wenn man sie bedienen kann. Das war so klar. Das war aber gar nicht nett. Das hat ein Generator erwischt. Hilf mir mal. Noch ein bisschen. Nein, los! Das bringt nichts. Ich brauche Strom, um dich herauszuholen. Hältst du noch durch? Klar. Ich werde mir so lange die Füße vertreten. Ey, die Sprüche. Wer kann sie? Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Ja. Keine Sorge, ich mach das schon. Alles klar. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwör's, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Ach, da kann ich weiter. Okay. Wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Na gut. Kann man die Straßenseite wechseln. Na, kommen da die bösen Jungs. Ja, da kommt zumindest ein böser Junge. Wieso? Wie viele Biberpilze hast du schon? Zwei? Hahaha. Los, komm her. Du mieser Drömel. Und tschüss. Tschaui. Wah! Tschaui. Wah! Tschaui. Tschaui. Oh nein. Tschaui. 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 Wie ist das? Oh oh. Oh oh. Wie ist das? Oh oh. Wie ist das? Oh oh. Okay. Küche. Nein! Einmal zu viel gedrückt. So ein Sheet. So. Wurde erst um 200 Dollar erleichtert und dann hat mich einer beleidigt. Ich habe ihm die Kauleiste etwas umformatiert und ehe ich mich versah hatte ich 200 Dollar Kopfgeld. Ist wie im Leben, oder? Also wenn du nicht gesagt hättest, dass du Red Dead Redemption 2 spielst, hätte ich gefragt. Was hast du denn gemacht? Hahaha. Das wird dir wehtun. Das wird dir wehtun. So. Natürlich nicht. Wie könnte ich dich vergessen, mein Schatz? Ich hab's. Ähm. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Ach, da ist ne Leiter. Okay. Auf da. Ist das erstrebenswert, wenn ein Kopfgeld auf einem ausgesetzt wird? Ah. Wo lang? Da oben. Na los. Komm. Und hoch mit dir. Na. Das fängt ja an dir Spaß zu machen. Hm 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 hm. Oh, ich geh mal ein Stück weg hier. Jetzt krieg ich gleich ne Leiter ins Auge. Wie bei Final Destination. Was muss man denn tun, damit man tausend Dollar Kopfgeld bekommt? Kommt. Oh, guck dir das mal an hier. Oh, guck dir das mal an hier. Ganz viele Berge. Und vor allem, äh, wie wird man das Kopfgeld wieder los? Das wäre auch recht interessant mal zu wissen. Ist nix. Wie komme ich denn hier weiter? Da. Da nicht. Ich muss da, glaube ich, hoch, soweit mir das noch bekannt ist. Ach so, okay. Nein, nicht richtig. Hey, check it out. Marco. Landratte. Du bist so unprofessionell. Hotel Shangri-La. Und noch mehr Klettern. Ja. So ist es doch immer. Na, wie wird man so, wie wird man denn das Kopfgeld wieder los? So wie bei Assassin's Creed. Entweder den Kopf, den, den Auftraggeber des Kopfgelds töten oder, oder bestechen oder was muss man machen. So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Ach, die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, bingo. Da ist der. Das ist der? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind. War ja klar. Nate, da hält sich Lazarewitsch auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Hehehehe. Drake wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19. Statt durchkämmen, finden und aufhalten. Der Drake. Oh. Der Nathan. Dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate. Wir müssen weiter. Ja, ja. Und gleich ist der Abzug weggeflext. Geil. Wenn er schießen will, geht er nicht mehr. Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Ja, gib mir ne Chance, Baby. Ich mach das schon. Verdammt, pass auf. Äh, eine Pätschi. Warum? Das ist aber auch gemein, ne? oder 오ESSZ Silver, Jet глупter? Du bist tot! Du bist tot! Du bist tot! Jakob! hash! ilib! SIce! Nein! Oh! Schon wieder den falschen Knopf erwischt. Ich habe wieder den falschen Knopf erwischt. spielt meille neID! Was ist denn alles los? Ciao! Und los geht's. Ah, Mist. Ernsthaft, mit Raketen? Alles okay? Ja, alles okay. Hey! 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 Das war gerade aber ganz schön riskant, was ich da gemacht habe. Die bringen das Gebäude zum Einsturz. Abdom! Abdom! Da waren wir beinahe drin. Da waren wir beinahe drin. Der empfindet das auch noch als spaßig. Na komm. Aber die sind wir noch nicht los. Sieht so aus, als hätte das Hotel gerade Nebensaison was. Okay. Mal eben kurz umgucken. Tja, da brauchen wir wohl einen Anlauf, würde ich sagen. Oh. Feiert das! Achtung! In Ordnung. In Ordnung. Eine Brücke! Cool! Ja, die Widerstandskämpfer haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Ich sehe sie! So gefällt mir das. Findet sie! Hallo, rauf da! Ciao! Ist da noch einer? Komm! Oh! Der Kerl lässt dich locker! Runter! Ja, so gefällt mir das! Ja! So gefällt mir das! So gefällt mir das! Ja! Oh! 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 Wo ist er? So! Jetzt haben wir dich gleich! Tschüss! Das war's! Jo! Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal! Ah! Hoffentlich hast du ja nicht so viel Kopfgeld! Okay, lass die Brücke runter! Jaja, boah, die ist nur am stressen! Oh! 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 Ach da die Brücke! Ach da die Brücke! So! Hm! Hm! Okay, geht los! Hopp! Hopp! Was war das? Habe ich jetzt nicht gesehen! Ach ne, das war die Wes! Was? Da ist nochmal das! Ach, sieh schon weiter! Alles klar! Hey! Das Kabel! Es bringt uns runter! Los, los! Okay, okay! Hm! Und er stürzt ab! Ja, ist klar! Wenn das schon so angekündigt wird, ne? Dieser Standard! Oh! 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 Da liegt der kleine Hubschrauber! Oh! Oh, hier. Oh. Oh! Ah! Den Kerl? Ja! Das ist schlecht! Hey, Moment! Keine voreiligen Schlüsse, Elena! Ähm, sorry, kennt ihr zwei euch etwa schon länger? Auch Elena Fischer. Vorjahresmodell. Vorjahresmodell. Schön. Schön, dass du dich amüsierst. Naja, ich hätte dir noch nicht zugetraut, dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst. Sie ist viel taffer, als sie aussieht, ehrlich. Vorjahresmodell. Oh. Oh, was? Du liebst sie noch. Tust du doch. Gib's euch zu. Verstehe. Eifersüchtig. Und wie, Casanova. Wir müssen jetzt weiter. Warte. Die zwei kommen mit. Das ist nicht dein Ernst. Absolut. Ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen. Wir halten uns nur auf und wenn sie uns erwischen. Ich werde sie nicht zurücklassen. Musst du denn immer den Helden spielen? Verdammt. Nate. Vorjahresmodell für die Super. Du solltest lieber Prioritäten setzen. Ja, versteh schon. Trotzdem kommen sie mit uns. Wir kommen schon klar, Nate. Danke. Denk lieber nochmal drüber nach. Mist. Lauf. Oh, ja. Vorsicht. Und jetzt. Du kannst es nicht lang. Ich brauch den Ärger nicht. Guter Schuss für den Schreiberling. Ich bin im Training. Einfach weiter. Mein Gott. Zickenalarm. Helft mir mit der Tür. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Ach, geschafft. Danke. Toll. Wo? Wie kommen wir da rüber? Dahin. Schön. Gute Idee. Tja. Das wäre schon mal die halbe Miete. Die halbe Miete. Okay, da komme ich so nicht bei. Ach, ich muss hier hoch irgendwie. Ach, kann ich nicht. Doch, kann ich wohl. Komm, ich helfe dir hoch. Na komm, schubs mir die Kiste runter. Sehr gut. Okay. Okay. Versuchen wir es damit auch nochmal, ne? Was ist denn da los? Ach so, die klettern schon fleißig. Okay. Geschafft. Und ich bin wieder der Letzte hier. Oh je. Nate. Speed. Ich habe keine Granaten. Wir müssen das Ding rausreiten. Los, weg! Los, weg! Speed. Ey Carne! Oh? Okay. Bam. Okay, sieht gut aus. Ist das bei dem immer so? Ja. So ziemlich. Hier ist nix mehr. Ah, da liegt noch was. Ah, kann ich nicht mehr einsammeln. Oh, da sind Granaten. Da sind Granaten. Grenades. Langsam. Oh je. Da sind alle dahin gerafft. Panzer. Nicht so langsam. Downstairs. Downstairs. Okay, wo sind wir denn hier? Okay. Hier sollten wir sicher sein. Ah. Hoho. Cool. Yo. Cool. Obwohl hier draußen liegen überall Gasflaschen rum. Wahrscheinlich sind wir hier nicht sicher. Na, was sagst du jetzt? Du hast uns direkt hergeführt. Ich vermute mal, wir sind hier nicht rein zufällig gelandet. Nein, nicht direkt. Na, vielen Dank. Okay. Hinter was bist du denn eigentlich her? Siehst du das Symbol da? Das ist der Chintamani-Stall. Ein riesiger Rosaphir ist Millionen wert. Sehe ich das richtig? Du wetteiferst also mit einem Kriegsverbrecher um einen mythischen Edelstein? Na, wenn du das so sagst, klingt es allerdings ziemlich bescheuert. Wer hat dich denn gefragt, Jeff? Und der soll hier in diesem Tempel sein. Naja, der Stein selbst ist nicht hier. Hey, Setmarine. Er ist in Shambhala. Shambhala. Nate. Ja, weißt du, Shangri-La. Kommst du mal bitte her, Schätzchen. Vielleicht wäre es besser, wir würden diese Unterhaltung drinnen fortsetzen. Gute Idee. Kommt. Ich, ich, ich möchte einen Dolch haben. Okay, gut. Hier sind wir erstmal sicher. Das ergibt keinen Sinn, Nate. Lazarewitsch kann wohl kaum auf Geld aus sein. Er braucht keins. Du übersiehst was. Komm schon. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ihr zwei bleibt hier. Gut. Bitte bleibt, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder da. Wir sind gleich wieder da. Wer es glaubt.